ZPO-Klage Herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe zu den Voraussetzungen der Zulässigkeit einer Klage im ZPO-Erkenntnisverfahren. Heute befassen wir uns mit der ordnungsgemäßen Klageerhebung. Sie ist im Wesentlichen in § 253 ZPO und in § 130 und 130 A ZPO geregelt. Die Klageerhebung erfolgt durch einen sogenannten bestimmenden Schriftsatz. Dieser Begriff ist nicht legal definiert, hat sich aber fest eingebürgert. Er meint, dass die Klageerhebung selbst eine prozessuale Erklärung ist und eine solche nicht nur ankündigt. Gegenbegriff zum bestimmenden Schriftsatz ist ein sogenannter vorbereitender Schriftsatz. Die Klageerhebung ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung, nicht alle Formalitäten der Klageerhebung sind aber gleich relevant. Teilweise handelt es sich um echte Prozessvoraussetzungen, teilweise um Sachurteilsvoraussetzungen und teilweise um Sollvorschriften, die sich nicht auf die Zulässigkeit der Klage auswirken. Wir gehen hier im Folgenden alle Punkte einmal durch. Dass überhaupt eine Klage erhoben wird, ist eine echte Prozessvoraussetzung. Ohne Klage kann der Prozess nicht beginnen. Aus der Klage muss eindeutig hervorgehen, dass die Klägerin Rechtsschutz durch eine gerichtliche Entscheidung begehrt. Für eine ordnungsgemäße Klageerhebung reicht es nicht aus, dass der Schriftsatz bei Gericht eingereicht wird. Zusätzlich muss sie gemäß § 270 Abs. 1 ZPO der Beklagten von Amts wegen durch das Gericht zugestellt werden. Insoweit unterscheidet man zwischen Anhängigkeit, die ab Einreichung der Klageschrift bei Gericht vorliegt, und Rechtshängigkeit, die erst mit Zustellung an die Beklagte eintritt. An die Rechtshängigkeit, die ein sehr wichtiger Begriff ist, sind sehr viele prozessrechtliche, aber auch materiell-rechtliche Rechtsfolgen geknüpft. Zustellung und Rechtshängigkeit behandeln wir deshalb in einem gesonderten Video. Aus dem Wort Klageschrift in § 253 Abs. 1 ZPO ergibt sich zudem, dass die Klageerhebung grundsätzlich der Schriftform bedarf. Nur für das Amtsgericht gestattet § 496 ZPO, dass eine Klage auch mündlich zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden kann. Soweit es um die Schriftform geht, Frage an Sie, kommt es hierbei auf § 126 BGB an? Nein. Im Wort Klageschrift steckt vielmehr der Verweis auf § 130 und 130 A ZPO. Die beiden Normen sollte man sich auf jeden Fall an den Gesetzestext schreiben. Deren Voraussetzungen müssen also ebenfalls beachtet werden. § 253 Abs. 2 Nr. 1 ZPO schreibt vor, dass Parteien und Gericht in der Klageschrift angegeben sein müssen. Das ist eine echte Prozessvoraussetzung. § 130 Nr. 1 Halbsatz 1 ZPO ergänzt die Anforderungen an die Bezeichnung der Parteien. Auch wenn es sich dem Wortlaut nach bei § 130 Nr. 1 ZPO nur um eine Sollvorschrift handelt, statuiert sie teilweise Sachurteilsvoraussetzungen. Insbesondere muss der Kläger eine eigene ladungsfähige Anschrift angeben. Das ergibt sich aus der wesentlichen Bedeutung der Anschrift für die praktische Durchführung des Verfahrens, z.B. für Zustellungen. Gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO muss der Streitgegenstand angegeben werden. Auch hierin liegt eine Sachurteilsvoraussetzung. Der Begriff des Streitgegenstands wird an ganz vielen Stellen im Gesetz relevant, z.B. für den Begriff der Rechtskraft. Auch das ist ein ganz wichtiger zivilprozessualer Begriff. Herrschend ist der sogenannte zweigliedrige Streitgegenstandsbegriff. Der Streitgegenstand setzt sich demnach aus einem Antrag und einem zugrunde liegenden Lebenssachverhalt zusammen. Merken Sie sich bitte diese Definition auf jeden Fall. Sie lässt sich auf den Wortlaut des § 253 Abs. 2 Nr. 2 stützen, der von Grund und Antrag spricht. Dass zusätzlich noch einmal der Begriff Gegenstand genannt wird, ist nach herrschender Meinung ohne inhaltliche Bedeutung. Der im Streitgegenstand enthaltene Klageantrag kann sich auf verschiedene Klagebegehren beziehen. Im Zivilprozessrecht unterscheidet man grundsätzlich zwischen Leistungsklagen, Feststellungsklagen und Gestaltungsklagen und jeweils entsprechenden Anträgen. Mehr dazu aber in einem gesonderten Video. Wichtiger Punkt, der Klageantrag muss hinreichend bestimmt sein, damit der Streitgegenstand eindeutig feststeht. Andernfalls ist z.B. unklar, worauf sich die materielle Rechtskraft des Urteils erstreckt oder die Zwangsvollstreckung aus einem Urteil ist nicht möglich, weil der Gerichtsvollzieher nicht genau weiß, was er tun soll. Nur ausnahmsweise ist ein unbestimmter Klageantrag zulässig, wenn dem Kläger ein bestimmter Antrag noch nicht möglich ist, z.B. beim Schmerzensgeld, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt werden kann. Das Gericht soll im Übrigen darauf hinwirken, dass die Parteien sachdienliche Anträge stellen. Ein unklarer Antrag wird vom Gericht nach dem objektiven Empfängerhorizont ausgelegt. Rechtliche Ausführungen im Klageschriftsatz sind in der Praxis üblich. Aber sind sie nach dem Wortlaut des § 253 Abs. 2 ZPO auch eine Zulässigkeitsvoraussetzung? Nein, hier gilt der Grundsatz Jura nur wird kuria. Das Recht ist im Gericht bekannt. Rechtliche Ausführungen können also dazu dienen, die Richter von der eigenen Rechtsauffassung zu überzeugen, sind aber nicht zwingend erforderlich. In den Absätzen 3 bis 5 enthält § 253 ZPO nur Sollvorschriften, die keine Zulässigkeitsvoraussetzung enthalten. Werden sie eingehalten, kann das Verfahren aber schneller durchgeführt werden, was regelmäßig im Interesse des Klägers liegt. § 130 ZPO enthält grundsätzlich ebenfalls nur Sollvorschriften. § 130 Nr. 1 ZPO haben wir uns oben aber bereits angeschaut und festgestellt, dass die Angabe einer ladungsfähigen eigenen Anschrift grundsätzlich eine Sachurteilsvoraussetzung ist. Ebenso ist das Unterschriftenerfordernis nach § 130 Nr. 6 ZPO nach überzeugender Auffassung eine Sachurteilsvoraussetzung. Nur die eigenhändige Unterschrift kann als objektives Zeichen den Erklärungswillen des Urhebers der Klageschrift dokumentieren. Fehlt sie, weist der Vorsitzende darauf hin, dass sie mit der Wirkung ex nunc nachgeholt werden kann. Besteht Anwaltszwang nach § 78 ZPO, muss die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt der Partei unterschreiben. Bei einer Klageeinreichung per Fax reicht gemäß § 130 Nr. 6 ZPO die Unterschrift auf der Kopie, die dann vom Faxgerät eingelesen wird. Eine eingescannte Unterschrift reicht bei einem normalen Fax allerdings nicht. Etwas anderes gilt wiederum beim sogenannten Computerfax. Das ist ein Fax, das ohne Ausdrücken direkt vom Computer gesendet wird, also eine Art antiquierte E-Mail. Technisch ist beim Computerfax eine Unterschrift auf einer Kopie nicht möglich. Vor dem Abschicken wird nichts ausgedruckt, deshalb reicht hier der Scan. § 130 A ZPO ermöglicht eine vollständig elektronische Klageerhebung. Gemäß Absatz 3 ist hierzu eine elektronische Signatur erforderlich. Diese ersetzt die Unterschrift, auch wenn das nicht ausdrücklich aus dem Gesetz hervorgeht. § 130 D ZPO tritt am 01.01.2022 in Kraft und kündigt eine Zeitenwende an. Ab dann ist grundsätzlich nur noch die elektronische Klageerhebung zulässig. Die Rechtsprechung ist insgesamt beim Unterschriftserfordernis eher streng. Argumentieren kann man hier einerseits mit der Bedeutung der Unterschrift für die Dokumentation des Erklärungswillens, andererseits mit den technischen Gegebenheiten des Übertragungsmediums. Fassen wir zur Klageerhebung also noch einmal kurz zusammen. Die Klageerhebung ist in § 253 und § 5 130, 130 A ZPO geregelt. Eine echte Prozessvoraussetzung ist, dass überhaupt eine Klage erhoben worden ist und dass gemäß § 253 Absatz 2 Nummer 1 ZPO die Parteien und das Gericht in der Klageschrift angegeben sind. § 253 Absatz 2 Nummer 2 ZPO und § 130 Nummer 1 und Nummer 6 ZPO enthalten dagegen Sachurteilsvoraussetzungen. Bei allen anderen Vorschriften handelt es sich um Sollvorschriften, die nicht die Zulässigkeit der Klage bedingen. Das war es mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zuhören und Zuhören